Und schon wieder so ein Riesenteil. Und da sind wir wieder. Was heißt da sind wir wieder? Ihr seid wieder da, ich bin wieder da. Willkommen zurück zu meiner FIFA 16 Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Schauen wir mal auf die Tabelle. Neun Spiele, sieben Siege. Heute geht es gegen den fünf platzierten Köln. Jawohl. Schauen wir mal, vielleicht kommt da noch ein bisschen Post vor diesem Spiel. Scout Kevin Gaffner. Mal gucken, was der zu berichten hat. Aktuell ist aus Italien. Oh, er empfiehlt mir Morata. Den hatte ich in FIFA 15, mit dem konnte ich irgendwie nicht spielen. Rüdiger habe ich eh schon auf meiner Beobachtungsliste. Miralem Pjanic. Ja, also eigentlich nichts dabei. Anfrage zu Gries. Oho, Griesmann 63,5 Millionen. Boah. What the fack. What the fack. Schon besser. So, wir spielen gegen Köln. Heimspiel natürlich werde ich auch heute wieder ein bisschen rotieren. Natürlich nicht zu stark. Diesmal bleibt Robben draußen für... Oh, Kosta ist auch nicht so fit. Dann bleibt der Robben. Obwohl... Na, diesmal kommt Kosta für Robben. Ähm, Vidal hat eine aufstrebende Dings. Das heißt, er spielt. Kimmich, den müsste ich eigentlich auch reinwerfen. Ähm, Bernhard kommt diesmal für Alaba. Der kriegt eine Pause. Dann... Rafinha darf für Lahm. Also, ja, und das reicht an Rotation. Den Rest werde ich dann im Spiel nochmal durchwechseln. So, dann war es wieder diese super Animation. Bayern gegen Köln. Man kann hier super die Logos rauskopieren fürs Vorschaubild. Das mache ich auch immer so. Also, finde ich diesmal richtig gut gemacht hier von EA. Kommentatoren werden voll Fuß und Frank Buschmann. Im Original natürlich. Bei meinen Spielen, bei meinen Let's Play mache ich das alles selbst. So, hier meine Mannschaft. Ribéry Costa. Dass beide mal in einer Mannschaft spielen würden. Wer hätte das gedacht? Vidal Thiago Bernhard Rafinha heute mal. Und, ja. Den kennen wir. Anthony Modeste. Leonard. Leonardo Bittencourt. Marcel Risse. Also, da kommt schon gewaltige Offensivpower auf mich zu. Hier blitzt gerade meine Lampe. So, ich bin Erster. Treffsichere Vereine. Ich treffe in jedem Spiel außer in der Champions League. Da hat es zuletzt ja wieder nicht geklappt. Also, die Rückrunde der Vorrunde ist enorm entscheidend. Und los geht's. Heute Costa über rechts. Aber da versucht's. Kommt aber nicht. Oh. Oh. Freigekämpft. Freigespielt hier. Oh. Boateng verliert den Ball. Jetzt wird's hier kriminell. Stark. Ah. Oh. Neuer muss sich lang machen. Das heißt, es gibt hier nach fünf Minuten die erste Ecke für Köln. Nicht für mich für Köln. Diesmal kein Ribéry Blitztor. wie gegen Bremen zuletzt. Da hab ich ja mal richtig schnell hier. Ah, schön. Ohu. So, und Ribéry. Rüber auf Thomas Müller. Flanke. Harmlos. Kein Problem für Timo Horn. So, damit bin ich wohl auch in der Partie angekommen. Nach ersten Offensivbemühungen der Kölner. So, Müller versucht's. Im Moment kommen sie zu lang oder zu kurz. Je nachdem, mit wem ich sie spiele, hab ich so das Gefühl. Oh, schön in die Lücke gespielt. Rafinha hat ihn. Und Costa. Ah, Vidal. Guckt sich das an und dann im Entscheidungen sticht dazu. Aber dann der Pass war. Jo, jetzt. Was für ein Schuss. Aber nicht mit Manuel Neuer. Also, die Kölner bleiben hier dran. Die sind nicht umsonst auf Platz 5 der Fußball-Bundesliga aktuell. Also, nachdem ich einen richtig starken Start hatte, kommen jetzt ein paar schwierige Phasen, so wie es scheint. Und schon wieder so ein gut getimter Fernschuss, diesmal von Anthony Modeste. So, hier mal ein bisschen versuchen, über den Ballbesitz Sicherheit zu bekommen. Das ist ja unglaublich heute wieder. Thiago. Thiago. Fasta. Oh, auch der geht hier in die Grütze. Aber der kommt nicht an. Thomas Müller kämpft. Und ihn grätscht. Ah, der Rafinha. Nochmal Rafinha. Vidal. Auf Lewandowski. Der hat hier eine Idee mit. Vidal. Aber der glitscht ab. Schade. Gut gespielt. Wenn ich das Spiel heute schon nicht beherrschen kann, muss ich es wenigstens perfekt auskontern. So, Manuel Neuer. Versuchen wir das mal. Also, ich habe gerade ziemliche Probleme mit dem Flanken. Wer legt denn da noch mal vor? Eckball. Ziemliche Probleme. So, Lewandowski holt sich das Ding. So ein Rafinha hat mal ein bisschen Platz. Macht jetzt mal ein paar Meter. Ah, den wollte ich eigentlich auf Thiago. Ungenauigkeiten heute. Steht leider noch 0-0. Kein frühes Tod. Diesmal geschossen. Ah, den hätte ich haben können mit ein bisschen. Thiago rauf. Ah, die Kölner spielen hier jetzt natürlich. Lassen sie mich laufen. Das machen sie gut. Aber jetzt Müller. Ah, ein Foul. Oh, gut. Ich bin ja... Costa. Ich könnte hier auf den Tisch schauen, weil mir gerade gar nichts gelingt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich überspielt. Ich spiele schon seit Stunden. Spielerkarriere und so weiter. Was ich alles aufgenommen habe heute. Nein, daran kann es nicht liegen. So, jetzt. Hören wir darauf, dass die zweite Halbzeit stärker wird für mich. So, jetzt mal schön gespielt. Oh, da schieße ich hier Lewandowski an. Also, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Kommt schon wieder so ein Riesenteil. Jojic. Halbzeit. 0 zu 0. Ich weiß nicht, gab es Highlights für mich? Keine Ahnung, ist aber auch egal. Konzentrieren. Vorbereiten hier auf die zweite Halbzeit. Die wird jetzt entscheiden. Oh, alter Falter. Passgenauigkeit 73%. Ballbesitz 38%. Schüssel. Einer und nicht mal aufs Tor. So, weiter geht's. Wechsel Gepard für, nee, Lehmann für Gepard. So, ist der Nebel heute schuld? Wer hat, kann auch nicht schuld sein. Ist ja ein Top-Spieler. Rivarie. Ah, da geht's schon wieder los. Erster Fehlpass. Vielleicht zu viel rumgewechselt. Also, die Kölner spielen hier hinten immer noch sicher rum. Das machen sie so lange. Oh, und dann. Neuer hat ihn. Und jetzt gibt's hier... Nein. Ich dachte schon 11 Meter. Ja, warum nicht? Übertritt. Och, Neuer schon wieder. Also, Köln spielt hier da weiter, wo sie aufgehört haben. Und ich komm hier nicht ins Spiel. So, Köln muss im Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Wäre ja auch schön, wenn sie mein Spiel eingeblendet hätten. Simon Zoller ist jetzt drin. Also, nochmal gewechselt. Neuer war bereits geschlagen. Aber wen soll ich diesmal bringen? Im letzten Spiel hat's auch nix gebracht. So, Müller auf Kosta. Der wird hier... Oh. Hat er nochmal versucht, den Ball dann zu kriegen. Gibt Abstoß. Ja, irgendwann muss ich wechseln. Alleine schon Lewandowski ist ja nicht ganz fit. Dann hab ich noch so einen wie Robben in der Hinterhand. Schön jetzt direkt spielen. Und Rieberi! Mann! So, mal angetastet hier. So, Müller auf Kosta! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Wieso wird hier abseits gepfiffen? So. Aber ich komme näher. Ich komme dem Tor näher. Einwurf. Bayern-Lewandowski. Auch dieser gewonnene Zweikampf zeigt. Schön, Bernhard. Bola. Ballverlust. Schön wiedergeholt von Rafinha. Zu Kosta! Hat nicht mehr viel Energie. Ich mache die Wechsel fertig. So, Kosta raus. Dafür kommt ein sensationeller Robben. Vorderkommt Komen für Lewandowski. Und ich versuche es wieder mit Götze. Immerhin hat er nur normale Form. Schauen wir mal. Ein Tor wird ja schon wieder reichen heute. So, wenn ich den jetzt kriege, wenn ich den abfangen könnte, dann hätte ich vorne Platz. Aber... Na ja! So, und jetzt formieren sie sich hinten schon wieder. Also, das müsste auch wesentlich schneller gehen. So, Lewandowski. Vielleicht mit seiner letzten Aktion. Pedal. Na, Herr Jebel, nee. Spiel ein Tickchen früher. Abseits. So, jetzt wird gewechselt. Rechtzeitig vor der 70. Minute. Da kommt jetzt immer ein typischer Dreierwechsel. So, drei frische Spieler. Ja. Ja. Rieberi auf Robben. So, Affin, ja. Kingsley Comen. Oh, Thiago! Ha, ha, ha. Einmal fixen. Und das Ding, genau. Schöne Erleichterung, weil das Spiel war wirklich Hammerhardt. Aber am Ende gewinnen die Bayern. Noch ist das Spiel nicht zu Ende. Und hier, Achtung, Thiago. Und BAM! Und dann, ja. Ach. Braucht es erst einen Spanier, um das Ding hier... und das, der Gegner ist nicht zu Ende. Schöooööööööööö von Rafinha. Bis aber, Friberi. So, jetzt läuft die Kugel auf irgendwie komischer Weise viel, viel besser. Bernhard. Immer noch Bernhard. Eberi. Thiago. Götze raus auf Rafinha. Ja, natürlich musste ich jetzt hier auch irgendwie Zeit rumkriegen. Robben versucht. So, jetzt wird es gefährlich. Drei gegen drei. Barstuba fällt das Ding ab und Neuer muss hier sein ganzes Können aufbieten. Ich hätte mal eben deutlich mehr auf... So, und Neuer auf Ribery. Geil. Vital auch schon. Ah, Ecke. Ja, der hat Neuer die Chance genutzt. So, spielen wir mal da hinten hin. Und das Ding direkt. Ach, vielleicht ein bisschen zu hart genommen. Oh, 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 Bernhard. Komm schon, Junge. Okay, braucht er nicht. So, Götze, der hat noch Power. Ist nicht der schnellste, wissen wir alle. Und Kommen. 2-0. Kingsley, Kommen. Am Ende gewinnen doch wieder die Bayern. Das, also, Hammer-Spiel hier auch wieder. Wenig wie gegen Bremen. Dortmund und so waren gar nicht so die großen, schweren Spiele. Natürlich knappes Ergebnis gegen Dortmund. Aber hier sieht man ja, am Ende siegt die Fitness. Kann man das so sagen? So, 2-0. So, 2-0. Ja, war ein hartes Stück Arbeit hier. Puh, 2-0. Ja, Köln darf zurecht trauern, denn sie waren dran. Ja, Neuer. Also, wenn Neuer heute nicht bester Mann ist, hier die Parade. Mal gucken. Ja, also, Wahnsinn. Dann, also hier, ihr seht's, nur Köln. Dann kam das erste Mal Ribery. Oh, Mann, du. Normalerweise sind die Dinger... Schade. So, dann kam noch mal Parade, Manuel Neuer. Was war das denn? Oh, ja, ganz wichtiges Ding. So, Thiago-Tor. Kingsley, Kommen vorbereitet. Also, die Einwechslung hat sich gelohnt. Dann kam hier noch mal Parade, Manuel Neuer. Also, es steht ständig Parade, Neuer drin. Bad Stuber bereitet und freiwillig vor. Dann, Thiago noch mal. Ach ja, oh ja. Schade, dass er den auf links kriegt. Und dann natürlich noch mal Kingsley, Kommen hier. Vorbereitung von Götze. Zip, Chip. Ah, Tor. Ja, so ist es doch schön. Viele Highlights. Also, hat bestimmt Spaß gemacht, zuzugucken. Rafinha, 8,2. Ja, puh. Vielleicht einfach zu viel rotiert in den letzten Spielen. Ja, kann man schwierig sagen am Ende. Uh, das nächste Spiel ist DFB-Pokal. Und so, ich werde jetzt noch einen Tag vorangehen. Und dann, genau, bevor es jetzt hier weitergeht. Zehn Spiele Meilenstein. Uiuiui, fünf Punkte. Im Pokal gegen Mainz. Und jetzt geht es hier erstmal um Skillen. Das mache ich heute noch. Skillen wir nochmal ein bisschen. Ja, Kommen skillen wir wieder. Ja, hier. Da macht er am meisten. Kostamos natürlich auch. Macht am meisten. Bible. Ja, nehmen wir das mal. Hat er auch noch nicht gemacht. Dann nehme ich hier. Wen habe ich noch? Was für Lieblinge. Götze, den können wir auch noch hochkriegen. Ich hätte irgendwie gerne was mit Schnelligkeit beim Götze. Gibt es hier nicht, ne? Schusskraft. Fernschüssel. Nehmen wir mal Dribbeln. Das ist ja hier da. Beweglichkeit. So, nächste Übung. Für. Dann habe ich noch. Innenverteidiger Badstuber. Abwehr. Oh, hier. El Rondo kriegt er. Und dann, ja, nehmen wir nochmal Torwart, Mann. Den Neuer. Den kriegen wir auch noch höher. Ui. Freistöße zirkeln. Ja, ist natürlich unsinnig, den Neuer zu trainieren, ne? Sehe ich ja ein. Dann nehme ich nochmal Boateng. Der ist auch erst 27. Nehmen wir mal den. Und dann natürlich alles wieder simulieren. Oh. Kosta hat sich verbessert. Aha. Man kann nicht auf alle achten. Das ist echt komisch. Aber egal. So, dann gucken wir nochmal in Teambericht, wie es da aussieht, ob alle glücklich sind. Moral glücklich. Wieso ist der nur glücklich? Natürlich, weil er bestimmt nicht auf ZDM spielt. Er soll froh sein, dass er überhaupt spielt. So, wie der Batsch rum. Xabi Alonso auch nur glücklich. Reicht aber. Zufrieden. Kingsley Komen. Ja, der braucht mehr Einsätze, der Junge. So, Joshua Kimmich hat eine schlechte Form. Sven Ulreich zufrieden. Martin ist zufrieden. Immer noch unglücklich. Benatja muss in der Winterpause wohl gehen. Ja, der Kader ist für meinen Geschmack auch immer noch viel zu groß. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.